So, da sind wir auch wieder zurück bei Prey. Da blinkt noch was. Also, Sülze. Was ist denn auf der anderen Seite hier eigentlich alles? Nein. Hat uns noch nicht ganz gesehen. Okay. Oder irgendeiner hat uns doch gesehen. Wo hat uns einer gesehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier rein jetzt. Müssen wir auch nicht hacken. Aber da kommt natürlich gerade wieder... Piss dich. Missionsplanung. Genau, wir brauchen Sachen hier. Sorry, hoffentlich hört man meinen Ventilator nicht. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Aber es ist gerade... ...echt... ...heiß. Ich versuche die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Äh... Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße. Was ist da los? Ja. Neue Missionen habe ich natürlich auch keine Lust hier. Ihr könnt mich mal alle. Wie viele Missionen soll man denn hier machen? Ich muss erst mal an mich denken hier. Zack. Zack, zack, zack. Alles fressen, essen. Das geht leider nicht anders. Ein Upgrade haben wir noch hier. Tja, wo soll ich das hin machen? Hier rauf. Neue Remote haben wir jetzt wieder zwei. Haben wir hier irgendeinen Teil? Ach, wir haben hier sowas. Hm. Ach ja. Was ist mit den Ersatzteilen? Okay. Aber hier, das ist natürlich... Ich brauche mal einen Technik-Operator. Und einen... Midi-Operator wäre natürlich auch nicht schlecht. Aktion in Sierra und Pelzer außen. E-M-Gefahr entdeckt. Shit. Keine Chance gegen die... Warum setze ich mein EMP nicht ein? Die letzten beiden, die ich habe übrigens. Außer wenn das alles mal alle ist. Puh. Diese komischen Batterien, die habe ich ja auch mal manchmal so ein bisschen eingeschmolzen. Wie ich das ja immer nenne, so. Naja. Jetzt ist es wieder natürlich fast leer. Nicht getroffen, natürlich. Ah, das glaube ich nicht, ne? Meine Güte, ey. Das ist kein Wunder, dass man manchmal keine Lust hat, wenn es hier nicht läuft. Ich kann manchmal... Ich kann mich hier irgendwie auf den Kopf stellen. Irgendwie... Jetzt muss ich beide hacken und dann werde ich noch irgendwo anders angegriffen, wahrscheinlich. Ich kann ihn nicht versele! Ich darf, wenn es hier nicht highs. Ich kann mich nicht ausgeschmolzen. Ich kann mich nicht ausgeschmolzen. Warum schießt ihr eigentlich nicht? Warum schießt ihr eigentlich nicht? Warum schießt ihr eigentlich nicht? Weil die defekt sind. Na toll. Oh, meine Güte, ey. Schießt doch, schießt doch. Ach, finden euch doch alle, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Oh. Meine Güte, an wie viele Milliarden Sachen muss man hier eigentlich denken? Meie. Da kommt der Scheiße an. Da kommt der Scheiße an. Hier habe ich nichts mehr von... Ach, ist doch alles kacke, ey. Ja, ich treffe natürlich nicht, weil ich schnell reagieren. Dann muss ich... Ich kann's... Den kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Echt? So toll, dass er den Kopf abfällt. Und das Ding geht irgendwie nicht. Wieso? Keine Ahnung, wo das Strom-Dings davon ist. So, noch jemand da. Ach, die Dinger habe ich nicht getroffen. Ach, ist ja geil. Ihr wollt mich doch einfach verkack eiern. Ihr wollt mich doch verkack eiern. Bist du die einen los, kannst du die anderen hinterherjagen. Oh Mann, wie soll man das denn machen? Also ich bin da zu blöd zu. Hinten, oh ja, überall, überall sind sie. Ja, geil. Kommt alle her. Sie schießen ja direkt auf mich und alles. Ja, da wird man wieder irgendwo gesehen. Oh, ich wollte den Hack kennen. Hä? Wieso, wieso hackt der die denn nicht? Oh, meine Güte, ey. Ich explodiere gleich. So, jetzt stehe ich mir hier so blöd rum, weil ich ratlos bin, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ah, ein bisschen hier. Hallo? Na, du auch hier? Ach, geil. Klappt ja, alles super. Wo ist er hin? Ein Schuss, ich bin tot, so ungefähr. Ich habe auch nur ein Medikap, was ich noch aufspannen will und muss wahrscheinlich. Boah, ich... Da ist schon wieder die nächste Missgeburt ist irgendwo. Da kannst du auch nicht mehr erfreulich bleiben, da kannst du auch gar nicht... Ach, das geht gar nicht, ey. Dieses Spiel ist unmöglich. Und hier ist es richtig geil. Von schönen Dings und aber, naja... Der braucht denn schon... Der braucht schon Hilfe, ne, hier. Der braucht schon Medizin oder sonst irgendwas. Ah, hier komme ich jetzt rein, ja. Stimmt. Anders hätte ich auch noch eine andere Möglichkeit gefunden. Was sind wieder Fenster? Der stürmt ja wieder rein. Dddddd. Nehm ich alles gerne, ja. Da können wir auch was machen. Dann hacken wir das mal. Besatzung, ja, interessiert mich nicht. Bereichskarte, ja. Toll, Mann, das ist alles gehackt, ist doch scheiße, ey. Ja, versteck mal den Fluchtkapfen, ja, wow, geil. Schön für euch. Äh, so, was haben wir denn sonst noch hier so schönes, kann ich irgendwas fressen? Ja, das geht leider nicht anders. Schussanschal, Aufladegeschwindigkeit. Oh, machen wir das? Neuere Mods hab ich drei. Kann das noch irgendwas in den Arsch schreiten? Ich glaube nicht. Komm, ja, Pech, mehr Ausdauer. Selbst so einen Scheiß brauchen wir jetzt. Was ist nicht so etwas? Ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Ich bin mir hier. Ich bin hier. Ich bin mir hier. Müsste ich eigentlich vorsichtig aufmachen, ne? so Die will ich aber auch hacken. Okay. Ah ja, bleibt los hängen. Ich muss mir hier die Dinger reinhauen, wa? Oh, nur eins, scheiß. Das muss ich mir eigentlich mitnehmen, oder was? Oder die hier hinlocken. Ja. Ja. Tag ich die mal Wenn wir das jetzt mega taktisch machen, dann wird das nix Anders geht's nicht mehr Ich werde auch so meinen Bart fressen Das tue ich ja Gute Zeit Ja, naja Muss ich jetzt hin? Kannst du mich nicht heile machen oder so? Spiele ein bisschen Star Wars, da ist der ja Komm, wir hängen den auch Oh ja, klappt super Hallo, Mann Mann Man wird hier echt so durchgenommen, also wirklich So, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss Ich muss irgendwo da noch unten Äh, da, ja da hin Was muss ich da machen? Da als Techniker, den muss ich töten, sozusagen Ich bin nicht mehr Wurde Angriff Wurde Wurde Ja, mach das Platz, scheiß Geschütz. So, machen wir eben Kasper Korpschießen hier, oder wie das heißt. Mal wenn es nicht anders geht. Natürlich würde ich das auch gerne dann weiter durchziehen, aber das Spiel macht einen ja irgendwie dann... Oh, es macht einen durch. Ja, das ist ja... super... Da kann ich hier nicht so viel von aufnehmen. Leider. Du piss dich. Was sind hier gerade für Bugs eigentlich? Aber das Gröbste ist jetzt weg, ne? Ich weiß auch, ob irgendwo noch ein Phantom ist. Wir müssen auch irgendwie nach unten. Ich weiß nicht, wie wir nach unten kommen. Das Ding da funktioniert ja nicht. Da müssen wir ja trotzdem irgendwie... irgendwie hinkommen, ne? Wir müssen mal gucken. Nach oben und so. Unten sieht das natürlich alles ganz nett aus, ne? Scheinbar. Ein bisschen. Ah, klar. Alles klar. Warum ist es nicht so dunkel? Weil ich kein Dings hab. Das Gröbste ist weg. Mann, Mann, Mann. Das war aber heftige zwei Folgen. Alles klar. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe... Erfolgreich. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich da hinkomme. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.